Das ist neu, oder? Ich bin Yang Huan, a.k.a. Young Süssi, a.k.a. Falco Süssgott, a.k.a. Donnerstadt's Loco Boy 69, a.k.a. Nicey Boy. Bitte. Ich mache alles hier. Und jetzt gut so. Jetzt, im Moment, mache ich eigentlich ziemlich das, was ich will. Also, ich stehe auf, wenn ich will, schaue dann Fernsehen, mal ein bisschen was, treffe mich mit dem Lex Lugner, mache mir ein bisschen Mucke, dann feiern wir. Also, es ist eher so ein ziemlich Party-Life-Moment. Ich höre viel ebenso Indie oder Rock und ich höre auch viel tiefen, dreckigen Techno einfach, weil es mir gefällt und ich höre so viel. Ich höre auch gerne Psychedelic-Rock oder so. Obwohl jetzt sind sie mich noch, oder Tame Impala finde ich echt nice zum Beispiel. Da, das Lonarism-Album habe ich so lange durchgehört und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Und auch diese Beatles sagen so, Strawberry Fields, solche Sachen haben mich echt wirklich stark beeinflusst. Aber ich hätte auf jeden Fall total Lust, Indie zu machen oder einfach auch mit irgendeiner Band, die nur mit Trompeten spielt oder nur Akustik. Einfach nur irgendwas zu machen, auf der Straße, in der U-Bahn-Station, ein Typ mit der Gitarre und ich singe nur so ein bisschen Remix aus Falco und so New, New Vienna School, irgendwie sowas Neues, ganz Neues. Wäre auf jeden Fall cool. Ich habe auf jeden Fall vor, immer Free Mixtapes zu machen, also viel umsonst zu machen. Ich finde das sehr wichtig, dass Musik kostenlos verfügbar ist. Weil ich bin auch selber so ein Typ, ich habe mir schon so lange keine Musik gekauft. Ich schäme mich schon selber dafür, aber ich würde es einfach nicht machen. Shoutouts an jeden, der heute noch Musik kauft und sowas supportet.